Hey Leute, Bardo hier und willkommen zu einem Akinator-Video. Es ist ja schon eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal Akinator gespielt habe. Seitdem ist die Seite komplett von Con-Krafter erobert worden. Wie man links sieht, dass Baloo einfach in der Liste als heute am meisten gesucht wurde ist. Die will auch die ganze Zeit jetzt Fragen nach Con-Krafter stellen und so weiter. Und ich dachte mir, ich suche zum einen mal nach mir, zum anderen habe ich mal gefragt auf Twitter, wonach ich suchen soll. Danach werde ich auch ein bisschen suchen. Und ich werde mal nach Stans Tomatensaft suchen. Stan war ja bei Con-Krafter mit Tomaten... Ich werde nicht nach Stan suchen, ich werde nach Tomatensaft suchen. Stan war ja bei Con-Krafter mit Tomatensaft. Und ich dachte, kann man mal suchen, vielleicht gibt es den ja. Wen suche ich denn zuerst? Ich glaube, ich suche zuerst mich. So. Wurde deine Figur durch YouTube berühmt? Ja, ich bin schon zimt. Gott. Nein, ich bin nicht bei Varo dabei. Trägt deine Figur, wenn er... Ja, manchmal. Hat deine Figur zu spielen? Ja, total viel. Ich finde beim Minecraft-Kanal ist es so schwer, die Fragen... Weil ich habe mal Minecraft gemacht, ich habe mal FIFA gemacht. Was mache ich jetzt? Random-Games? Ich glaube, danach sucht er gar nicht. Ich sage einfach mal, ja. Ich war nicht bei... Ich glaube, es wird super schwer, Sam. Ich finde, ich komme nicht aus der Grand-Gruppe. Ja, man weiß, wie ich aussehe. Ich spiele nicht Klarinette. Das ist mega-random, die Frage. Ich verfüge nicht über die Attacker-Teckel. Ich habe nicht bei Cloud-Quest. Genau, was es ist. Ich habe eine Folge Kochen mit Bardo gemacht. Da habe ich Powerballs gemacht. Zählt? Ich sage mal, ja. Kochen mit Bardo. Ich finde Broco... Ich bin irgendwie Broccoli-Mans-Marsch. Auf welcher Visos? Was? Ja, ich mache eine Face-Cam. Eine Broccoli-Cam. Ich spiele nicht beim FC Neapel. Ist ein Figuum-Abo-Geschäft. Ja, ich habe gerne Abos. Ja, in der Tat. Nein. Ich bin kein Dämon. Ich habe unter 50.000 Abonnenten. Ich bin nicht erdig. Ich bin unter 30. Ich bin über 20. Ich trage eine Brille. Oh. Oh. Ich habe FIFA-Fumstens gespielt. Kein Araber. Nein, ich mache keine FIFA-Videos mehr. Ich trage eine Mütze gerade in diesem Moment. Und sonst trage ich eine Cappy. Also, ja. Ich bin voll hier. Ich glaube, er hat mich. Er hat mich. Ich mache viele Haare. Nein. Ich glaube, er hat mich. Der hat so fucking viele Fragen nach mir gestellt. Das ist jetzt creepy. Woher zum Fick weiß der... Woher zum Teufel weiß der Akinator, wo ich wohne? Woher weiß der Akinator das? WTF? Und dann findet er mich nicht mal. Der hat gerade ungefähr 10 Fragen gestellt, die alle 1 zu 1 auf mich fixiert waren. Und dann soll ich V-Pain aka Carsten sein. Carsten mit C übrigens. Und jetzt ist die Verbindung abgebrochen. What? Okay, wieder von vorne. Ja, ich lebe noch bei meinen Eltern. Ich wohne nicht in Bayern. Ich gehe nicht mehr zur Schule. Ich wohne nicht in der Bundesliga. Ich rede so oft mit mir selber. Nein, ich bin nicht schwul. Ich habe schon mal Jump League gespielt, ja. Ich habe einen Bart getragen. Ich habe eine Brille getragen. Ich habe einen Bart getragen. Ich bin unter 30. Ich habe nicht bei Minecraft Divos mitgemacht. Was? What? Und jetzt kriegt ihr es nach 10 Fragen hin. Jetzt werde ich versuchen, Tomatensaft zu finden. Was, glaube ich, schwer ist, weil es keine Person ist, es ist ein Objekt, es ist aber trotz, es wird super schwer. Trägt den Figuren in der Kleidung? Nein. Ich kann Stan meinen, aber ich glaube, ich will Tomatensaft finden, nicht Stan. Also nein. Wurde durch Jüpie, ja. Tomatensaft ist Single, soweit ich weiß. Also falls jemand, okay, nein. Tomatensaft ist kein Stuntman, nein. Ist ein immer natürliches Wesen. Ich weiß nicht, so halb. Spielt nicht bei Switch Reloaded mit. Tomatensaft hat Ecken und Kanten. Wieso findest du Tomatensaft nicht? Tomaten-Stand-Woh und Auen- Tomatensaft ist rot. Tomatensaft ist rot. Frage 79. Oh. Oh. Nach 80 Fragen oder so findet es Tomatensaft. Aber ich meine nicht Lukas Tomatensaft, ich meine Stans Tomatensaft. Tomatensaft ist... Oh. For fucks. Man, war das anstrengend. Jesus Christ. Okay. Oh. Das war wirklich nervig. Das war unfassbar anstrengend. Ich suche jetzt nochmal Stan. Ich suche nochmal Stan. Why not? Stan ist eher Körperbau-Bär. Also eher kräftig. Sondern es ist ein Bär. Und nicht dünn. Also wer... Stan hat keinen Bart. Stan ist... Ich bin dick, passt aber auch nicht. Ich sag's trotzdem mal. Sorry, Stan. Ich... Nicht... Stan... Oh. Ich würde Stan nie dick nennen. Aber Stan ist ja schon... Schon... Kräftig. Obwohl er 2 Milliarden Stunden Sport am Tag macht. Oh. Fängt er eine Figur mit... Oh Gott. Mit S an. Ja. Hey Stan. Hey. Ist wieder Stan-Bild und ich hab kein Bild. Aber gut. Wir haben Stan gefunden. Wir haben Tomatensaft gefunden. Wir haben mich gefunden. Wir haben herausgefunden, dass der Akinator weiß, wo ich wohne anscheinend. Ähm. War gut. War gut. Und wenn ihr weitere Videos zum Akinator wollt, dann schaut mal am Sonntag bei Stan vorbei. Ich glaub, da kommt auch was zu Akinator. Spoiler. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Und ciao.